Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Ich habe mich mit ein paar Freunden dazu entschieden, mal wieder das Browser-Game, die Stämme zu spielen. Es ist kostenlos, spielt im Mittelalter und man baut sich ein kleines Imperium auf. Man startet mit einem Dorf, muss das Dorf immer weiter ausbauen, später weitere Dörfer aufadeln von Gegnern, von Mitspielern, die nicht mehr aktiv sind, wie auch immer. Und gemeinsam kann man dann einen Stamm bilden, den haben wir natürlich schon aufgebaut und wir werden die Weltherrschaft an uns reisen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mitspielen könnt. Jeder kann mitspielen. Den Link zur Anmeldung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig, was genau mit Stämme los ist, wie es passiert und so. Da wird es noch ein paar Sachen geben, die wir euch erklären können, auch im Forum dann. Also wer wirklich Interesse hat, meldet sich an und spielt auf jeden Fall mit. Und ich kann euch sagen, es wird sehr witzig. Hier schon mal ein paar kleine Ausschnitte aus dem Forum. Da hat er kaum noch Haare auf dem Kopf, dafür am Rücken und riecht nach Rettich. Hier seht ihr ein Bild, wie er in der Nase popelt. So weit, so gut. Grüße, Dr. Eichel. Das ist aber nicht nett. Aber funny. Hm. Immer auf die kleinen Dicken mit den krummen Beinen. Dann wäre es wohl eher gegen mich gegangen. Du hättest doch nur angefangen zu weinen. So klein bist du nicht. Aber dick. Zumindest hast du Haare. Ja, bald zum Friseur. Ach, da schneiden die auch. Wenn nicht, Fleischwerbung. Und, woher kennt ihr euch? Vom Arbeitsamt. Also meine Lieben, wenn ihr Lust bekommen habt mitzuspielen, Hände aus der Hose, ran an die Tastatur und meldet euch bei die Stämme an. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auf euch. Bewerbt euch auf jeden Fall auch bei unserem Stamm Team Chaotix. Und wir werden zusammen auf jeden Fall hier diese Welt rocken und richtig was reißen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020